Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Tanzen, der Podcast. Und im Tanzen heute, wie ihr seht, nicht in der gewohnten Atmosphäre, sondern im schönen Let's Dance Studio. Und erstmal einen herzlichen Dank an RTL und Seapoint, die das Ganze möglich machen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, schauen wir das und dann schauen wir mal, wie wir heute alles finden. So, meine Lieben, die Staffel ist fast vorbei. Schön, dass ihr da seid und euch kurz die Zeit nehmen. Ich weiß, ihr seid auf den Weg in die Generalprobe hinein. Ikat, vielleicht die erste Frage an dich, bevor ich an Timon was frage. Wie hat er sich denn so in der Staffel angestellt? Ich sage jetzt mal vom, ich glaube, er hat selber mal gesagt, so wirklich nicht Tänzer. Er hat mal einen Tanzkurs besucht zum, ja, jetzt fast Finale. Also von, ich habe einen Tanzkurs besucht, habe ich tatsächlich nie so viel gesehen am Anfang an. Ich glaube, das... Hab ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Tanzkurs, so ein richtiger Tanzkurs war. Ja, so ein Abi-Ball, nicht mal mit 14, so ein Schultanzkurs. Für Abi-Ball? Nein, mit 14 habe ich mein Abi nicht gemacht. So ein klassischer Schultanzkurs. Schultanzkurs halt. Genau, deswegen hat man nichts davon gesehen. Und deswegen müssen wir einfach von Null anfangen. Aber ich muss sagen, Timon ist wirklich super fleißig. Also wenn Training gemacht wird, wo er anfängt, dann steht er in der Tatschule. Und wir trainieren, zum Beispiel diese Woche haben wir elf Stunden am Tag mindestens trainiert. Wir haben alles gegeben. Und ja, ich kann nicht sagen, wo er irgendwann gesagt hat, ey, komm, gehen wir nach Hause. Ich kann nicht mehr. Sondern er sagt, ey, komm, machen wir eine kleine Pause. Mein Kopf brennt und explodiert und dann machen wir weiter. Also deswegen in diesem Sinne, also sehr fleißig, sehr, also ich kann nicht dich vor dir, wenn du hier stehst, dich loben. Also es ist tatsächlich total unangenehm. Ja, kannst du bitte weggehen, dann kann ich ihm loben. Verstehst du? Okay, nicht, dass er abhebt. Das verstehe ich. Er abhebt also hier. Deswegen macht die uns so. Nee, er war tatsächlich super fleißig. Und er hat alles gegeben. Und ich glaube, man hat auch gesehen, diese große Entwicklung, weil er muss nicht nur tänzliche Entwicklung in sich reinbringen, also rein Schritte lernen, Technik lernen, auch mit eigenem Körper arbeiten, mit eigenem Körper kämpfen, sondern auch emotionale Entwicklung. Wenn man weiß oder man gesehen hat, wie er am Anfang der Staffel war, total verschlossener Mensch, sehr introvertiert, sehr ruhig. Und dann aus sich herauszuwachsen ist natürlich ein enormer, ich weiß nicht, ich sage auch, ein enormer Kampf wirklich mit sich selbst, weil du traust, viele Emotionen nicht zu machen, zu zeigen. Und für viele Menschen ist es selbstverständlich und es ist nicht schwer, Emotionen zu zeigen. Wie brav er da steht. Ja, wenn man einem gesagt hat, dann macht er das. Also, nein, kannst du nicht mehr. Nein, ich habe das. Korrekt, das ist, das ist korrekt. Ich habe nicht über dich gesprochen, nein, sondern eher über mich, aber das ist total okay. Timon, Timon, hast du, das wollte ich mich gerade fragen, also ich wollte jetzt nicht auf dem, auf dem Popo hinaus, siehst du, das ist, also du hast die Fitnessstudie gespart. Nein, haben wir wirklich Brust gewachsen, weil viele Kostüme, die am Anfang der Staffel gepasst haben, haben mir nicht mehr gepasst, weil die Brustgröße geworden ist. Ich musste tatsächlich eine Weste mal umnähen nach ein paar Wochen, weil das in der Brust nicht mehr zuging. Und das hat mir die Brust noch mehr schwellen lassen. Ich glaube, der hat ihn wirklich glücklich gemacht. Ich komme zu wissen. Sehr gut. Timon, hast du ein neues Hobby für dich entdeckt? Ja, Puzzeln habe ich nämlich immer gemacht, zwischen dem Tanztraining, mich zu beruhigen. Musstest du dich beruhigen? Nein, nein, das Training war schön, es hat riesen Spaß gemacht. Wie Ikat gerade gesagt hat, musste ich mich ab und zu halt mal irgendwie hinlegen, zehn Minuten Powernap, um den Kopf wieder abzukühlen. Aber im Grunde so beruhigen musste ich mich nicht, weil es einfach die ganze Zeit nicht schön war. Das neue Hobby war viel Essen. Ich glaube, er hat davor nie so viel gegessen, wie er jetzt beim Training. Also zuerst muss ich kämpfen, dass er viel isst, bis er gemerkt hat, dass er schon acht Kilo abgenommen hat. Dann hat er angefangen zu essen. Ja, zwei Kilo sind es nicht, waren vier oder so. Am Höhepunkt waren es vier oder so. Ja, weil er eh nur Knochen waren, da hat man diese vier Kilo ganz klar gesehen. Ja. Und dann musste er anfangen, richtig gut zu essen. Gab es einen Tanz, Timon, wo du sagst, der war wirklich so meine Herausforderung? Herausforderung? Drill Instructor Ikat? Ja, es war schon jede Woche eine Herausforderung, aber ich glaube, was mir halt schwer fiel, war Tango tatsächlich, weil ich mit dem Lied nicht klarkam so richtig. Das hat zwei Tage gebraucht, bis ich irgendwie das Lied mal kapiert habe, wie das funktioniert. Das ist mir schwer gefallen sonst von der Technik her. War aber auch nie so einfach. Das ist wahrscheinlich auch anders, ist so ein bisschen, oder? Gar nicht, woran es lag, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die Schritte, das war irgendwie auch weit am Anfang der Show und dann dieses Latein-Ding und die Schrittabfolge war mir irgendwie auch nicht sofort klar. Ja, ich glaube, Rumba war eine große Herausforderung. Also, ich habe von der ersten Show an dich geglaubt auf jeden Fall und das war wirklich gute Leistung. Nein, das meine ich wirklich so. Das würde ich auch sagen, wenn es nicht so wäre und ich meine es wirklich so. Große Leistung, aber ich wusste, dass da was rauskommt. Und ja, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Dankeschön, danke dir. Meine Lieben, ich habe als allererstes Juga an dich eine Frage und das ist gerade mein totaler Fanboy-Moment, um ehrlich zu sein. Da ich großer Frühlingsgucker bin, du hast am Anfang, glaube ich, gesagt, zu tanzen ist gar nicht so dein Ding. Ich habe noch nie getanzt. Ich habe keine Ahnung, ob das mein Ding ist. Wie ist es jetzt für dich? Weil ich sage jetzt mal, du bist für mich eine wirklich der Granaten, die sich so entwickelt hat in den letzten Wochen. Wie ist dein Gefühl dazu? Oder wie hast du jetzt zum Tanzen gefunden? Also mittlerweile macht mir Tanzen unfassbar viel Spaß. Also ich hätte das am Anfang wirklich nicht gedacht. Ich habe noch nie getanzt und ich hatte auch nie so wirklich Bock zu tanzen. Als ich jünger war, ich war immer so, ach nee, egal, mache ich nicht mit. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Leidenschaft irgendwie auch schon wird. Also es macht so viel Spaß, es ist echt krass. Leidenschaft klingt gut, schuld. Hast du von Anfang an gewusst, okay, mit Julia, das wird was? Am Anfang habe ich nie gedacht. Erster Tag habe ich gesagt, oh mein Gott. Zweiter Tag habe ich in ihrem Auge gesehen, dass etwas steckt da. Aber ich wusste nicht was. Aber ich habe gesehen, etwas war da. Etwas war da und das habe ich einfach genommen und weiterentwickelt und trainiert. Und jetzt steht er im Halbfinale. Das ist unglaublich. Julia, hast du gedacht, dass das Halbfinale überhaupt erreichbar ist? Null. Also wirklich null, null, null. Es war wirklich so von Anfang an bei der Planung überhaupt. Weil ich so, ah ja, okay, an dem und dem Datum ist dann Halbfinale. Ja gut, da bin ich ja eh nicht mehr dabei. Also es war wirklich, niemals hätte ich das gedacht. Und würdest du sagen, Tanzen ist auf jeden Fall für die Bevölkerung ein Mist? Soll jeder in die Tanzschule gehen? Kein Witz, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht und auch so anstrengend ist. Früher dachte ich immer so, ja, tanzen, ja, okay. Also, hm, aber das ist richtig anstrengend, aber macht gleichzeitig so viel Spaß. Also es ist wirklich der einzige Sport, wo ich sage, das macht immer Bock. Was ist deine Aussage dazu? Meine Meinung, tanzen, Musik, egal, Liebe und geh bitte tanzen und genieß die Tanzfläche. Wunderbar, vielen Dank, ihr Lieben. Wir sehen uns gleich wieder im Studio. Danke, dass du da warst. Danke, danke. Filmen. Hallo erstmal und herzlich willkommen zu unserer tollen Podcast-Folge, die wir über Tanzen machen. Und ich weiß ja, du bist etwas tanzerfahrender. Du hast Dance, Dance, Dance gemacht und ich habe dich gesehen bei Stars gegen Krebs. So, jetzt ist meine Frage. Wie hat sich Gesellschaftstanz auf dich ausgewirkt? Ist es herausfordernder? Ist es anders? Hast du alles anwenden können, was du schon jemals hattest? Witzigerweise hast du das Wort, was ich immer benutze, jetzt mir schon vorweggegriffen, denn jetzt bin ich gesellschaftsfähig geworden. Denn alles andere ist so Hip-Hop-Moves, ja, da kannst du vielleicht mal nach vier, fünf Bier im Club punkten. Aber jetzt, bei einer großen Veranstaltung, bei einer Abendgala, wenn da ein Walzer kommt, kann ich ein Walzer. Ein bisschen Sambaschritte im Urlaub, am Strand kann ich. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es herausfordernder, hier bei Let's Dance, diese Vielfalt. Zehn, elf Tänze, wie viele sind? Ich glaube, ihr seid bei elf plus dem Rest. Ich habe aufgehört zu zählen. Es ist verdammt anstrengend, verdammt herausfordernd, aber am Ende, du vergisst es, weil es richtig geil ist. Bist du ein ehrgeiziger Typ? Also, wie du sagst, ihr habt die zehn, elf, zwölf, achtzigtausend Tänze. Welcher war für dich der, wo du sagst, oh Gott, das war für mich das Schwierigste? Gibt es da irgendwas? Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr arg am Cha-Cha-Cha verzweifelt, weil die Musik so unfassbar schnell war und man viele Sachen einfach nicht gehört hat. Und die Woche, ich war Woche vier, schon sehr lange her, das hat mich schon an die Grenzen meiner Geduld gebracht und dachte mir, oh Gott, wenn das so weitergeht, wo ist Mahlzeit? Hast du gedacht, dass du ins Halbfinale kommst oder wie bald war dein Plan zu kommen? Also, es war auf jeden Fall ein Ziel, aber man weiß es ja nie, wir sind hier wirklich gegen absolute Schwergewichte der Social-Media-Welt angetreten und ich dachte, vielleicht ist meine Reise doch nicht so lang, aber ich habe immer Step-by-Step gedacht und genauso auch heute. Ein ganz großes Ziel und Wunsch wäre natürlich Finale. Hey, wenn man so kurz davor steht, will man ungern. Ich glaube, die Chancen, um ehrlich zu sein, stehen gar nicht so schlecht. Hat dir deine Sportlerherkunft geholfen bei Let's Dance oder ist es was komplett anderes? Also, sowohl als auch. Also, es hat mir dahingehend geholfen, ich weiß, wie es ist, an meine Belastungsgrenze zu gehen und zu wissen, hey, den Schritt vielleicht jetzt nicht mehr weitermachen, weil sonst vielleicht körperliche Probleme. Aber letztendlich ist Ton vielleicht vom Rhythmusgefühl ein bisschen, aber Ton heißt nicht gleich, dass du tanzen kannst. Wir sind eigentlich eher so ein bisschen steifer, Spannung und los geht's. Vielleicht habe ich ein bisschen Talent. Ja, verstanden das gut eigentlich. Nee, eben ja nicht. Schau mal, was Herr Lambi sagt. Wir sollen Tonus haben, wir sollen Spannung, aber trotzdem beweglich und locker. Okay, warte mal, Spannung und locker. Ich verstehe jetzt mittlerweile, was Sie meinen, aber es sieht so unfassbar einfach aus. Ist es nicht. Gibt es so, rückblickend als letzte Frage, ein Highlight in der Sendung, wo du sagst, das war so meine Highlight-Sendung? Gott, Magic Moment. Ich dachte, vor Magic Moment hätte ich Jive gesagt, aber Magic Moment, da hatte selbst ich, also ich hatte absolute Gänsehaut und ich bin einfach unfassbar glücklich, dass ich es hier vertanzen durfte und diesen Magic Moment hier erleben durfte. Ja, verliebt, das war schon. Vielen Dank. Tschüss. Hocko, mein Lieber. Schön, dass du dir Zeit nimmst und dass du da bist. Eine Frage habe ich an, was war denn dein Highlight der Staffel? Mein Highlight der Staffel ist, dass wir super Kandidaten haben. Wir haben heute eine Halbfinale, so eng, dass wir heute nicht nur auf die Qualität der Tanz, weil alle sind gut, aber wer hält den Nerv mehr? Und das sehen wir heute, wie das läuft. Ein paar von denen sind sehr nervös, aber die Qualität ist Wahnsinn. Ganz toll. Hast du ein Highlight, ein persönliches der Staffel, wo du sagst, das war wirklich so dieses Jahr der Knaller? Ja, wir erleben, ich kann nicht sagen, das ist das. Wir erleben jeden Freitag verschiedene Highlights. Und das ist das Schöne in der Sendung. Wir haben schon von Julia ganz tolle Sachen gehabt, von Philipp, genau wie von Timon, von Anna jede Woche. So, das ist so schwierig zu sagen, okay, nur das. Hattest du von Anfang an das Gefühl, dass du auch gerade jetzt auch bei Julia und bei Timon, dass es da super laufen wird? Das hast du nie am Anfang. Das hast du nie am Anfang. Das war so, dass die haben sich entwickelt und das ist das Schöne bei Let's Dance, der Entwicklung. Wenn du jetzt sagen müsstest, was ist denn der anspruchsvollste Tanz in der Let's Dance Season? Was ist das, wo du sagst, oh, das ist wirklich schwierig? Ich glaube, es kommt auf dem Paar. Jede Dance ist schwierig. Ich meine, es ist egal, wie ein Slow Fox oder Quiste, ein Jive, das kommt auf dem Paar. Es sind Leute, dass für denen ist besser Latein, für andere Standard, andere haben ein schon vor Salsa, ein von Samba und das ist geil. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das muss man auf dem Paar einschauen und dann wieder gucken, okay, vielleicht wäre es besser für Standard als für Ladak. Als letzte Frage, warum sollten Leute in die Tanzschule gehen? Weil das macht Spaß, das macht glücklich und dann ist es wie Sport und haltet ihr fit. Super, danke dir. Viktoria, wir sind jetzt fast am Ende der Staffel und meine Frage ist, was ist denn dieses Jahr so dein Highlight gewesen? Oh, da gibt es so viele Highlights. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, wir alle wussten nicht, wie eine Anna Ermerkova tanzt, ja, und sie hat uns wirklich alle vorm Hocker gehauen. Ich würde sogar sagen, heute war ein Highlight Philipp Boy, weil man hat so gedacht, okay, der marschiert hier ohne Probleme durch, dann kommt der Impro Dance und dann passiert genau das. Und ich bin jetzt gespannt, ob da wirklich die Zuschauer dahinter sind und wirklich Gas geben und anrufen. Ich hoffe sehr. Oder auch eine Julia, ne, die wirklich eine krasse Entwicklung gemacht hat. Unfassbar. Ich meine, am Anfang hat man sich vielleicht gedacht, okay, ja, die wird bald kommen, aber nicht so weit und jetzt steht sie fast vorm Finale, ja. Du hast ja selber gewonnen, Let's Dance. Würdest du sagen, dass die Leute auf jeden Fall in die Tanzschule gehen sollen und wenn die aber runnen? Auf alle Fälle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist es schon crazy, wie viele Menschen tanzen, schon generell. Und man soll es einfach tun, weil es macht Spaß, ist toll für den Körper, schön, gut für die Seele. Also geht tanzen, Leute. Es macht richtig Spaß. Super, und das ist von Viktoria Swarowski. Ich sage danke und wir sehen uns wieder. So, meine Lieben, die 16. Staffel von Let's Dance ist aus. Wir haben die Podcast-Folge fertig. Wir danken auch nochmal natürlich RTL und Seapoint, dass wir heute überhaupt wieder da sein durften. Und ich persönlich würde der Staffel sehr, 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 sehr gute 10 Punkte geben. Damit sage ich danke. Wir sehen uns zunächst und hören uns zur nächsten Folge. Euer Sascha. Ciao. Euer Sascha. Vielen Dank.